Nämlich Red Hat und Robert Baumgartner und Franz Theissen werden uns über Open Source, DevOps und Open Shift erzählen. Genau, dann danke, short and nice. Ich bin in der Franz in diesem Fall, also der Dienstälteste, er ist der Dienstjüngste, erkennt man glaube ich eher auf den ersten Blick, oder? Kleine Frage, was ist die Policy auf der FH? Stehen die Vortragenden in der Regel oder sitzen sie? Stehen. Stehen? Passt, machen wir das auch so. Knien, okay, interessant. Ja, mein Name ist Franz Theissen, ich bin im Red Hat Land seit inzwischen fast zwei Jahren zu Hause, war der erste Vertriebler in Österreich. Inzwischen sind wir, wie viele sind wir? Nein? Acht? Nein sind wir. Genau. Und du bist unser jüngstes Mitglied, magst du ganz kurz was zu dir sagen? Ja, ich bin halt das jüngste Mitglied, bin im Gegensatz zu meinen Kollegen, der im Vertrieb ist, bin ja so lusch nachgedeckt, das heißt, die darf dann das ausbaden, was der Vertrieb halt versprochen hat, das darf dann eh quasi so ausbaden. Deswegen lasst du mich alleine auch nicht gehen, sondern bewacht und korrigiert. Und ja, ich habe das Vergnügen einmal anzufangen, den philosophischen Bogen ein bisschen zu spannen, eben angefangen als Allgemeines aus der Open Source Welt, dann auf das Thema DevOps und am Ende des Tages wollen wir heute ganz gerne eine kleine Live-Thema machen von der OpenShift-Container-Plattform, die beim Robot auf dem PC munter vor sich hinläuft. Und wir würden uns natürlich freuen, also zeitmäßig haben wir uns eigentlich so angedacht, dass man bitte einfach Fragen hineinstellen darf, soll, kann. Also bitte einfach schreien und wir schauen, tun unser Möglichstes, dass wir das beantworten können. Gut, dann fangen wir mal an. Verzeih, ich bin kein großer Folienbastler, also schön ist anders, aber okay. Natürlich mit LibreOffice gebaut, ist eh klar. Wir leben ja in einer relativ spannenden Zeit. Wir berätet, sagen ja, und ich denke, die Kollegen bei der Sosa sehen das ähnlich, ganz arrogant, Open Source hat ja gewonnen aus unserer Perspektive, insbesondere im IT-Infrastruktur-Bereich. Und ich will mir ganz gerne den Bogen spannen und zeigen, dass es eben nicht nur auf der IT-Infrastruktur beschränkt ist, sondern dass wir jetzt eigentlich in einer Welt leben, wo Firmen, die in einem Mitbewerb zueinander stehen, auf einmal zusammenarbeiten, wenn es um gewisse Technologien geht. So an dem konkreten Beispiel kann ich jedem empfehlen, mal auf YouTube zu schauen, nach der Thunder-Plattform, die eben Burda als Verlag Open Source gestellt hat. Warum machen die das? Weil sie darauf kommen, naja, am Ende des Tages, ich als Verlag verdiene mein Geld ja mit Content und nicht mit der Plattform, auf der ich den Content deliver. Das heißt, man hat Gott sei Dank realisiert, womit man eigentlich sein Geld macht und überlegt, naja, wenn die Plattform eh wurscht ist, dann spare ich ja Geld, wenn ich mit anderen Unternehmen, die ähnliche Plattformen brauchen, zusammenarbeite. Und da habe ich dann am Ende des Tages mehr Geld übrig, um sinnvollen Content zu liefern, mehr Kunden zu gewinnen und natürlich ein besseres Geschäft zu machen. Gut, das war jetzt noch halbwegs technologieaffin. Viel interessanter fand ich das Beispiel von Adidas. Also wenn man jetzt einmal die Adidas Group Aktien Homepage da anschaut und schaut, was haben sie für Strategic Priorities für ihr Geschäft definiert, dann sind das drei, ich glaube zwei sind naheliegend, das eine, das vergesse ich immer, dann gibt es Cities und das dritte ist Open Source. Da denkt man sich jetzt, okay, macht Adidas irgendwie auch Software oder was meinen sie damit? Am Ende des Tages haben sie festgestellt, sie sparen sich ja Geld, wenn sie vielleicht ein bisschen früher mit ihren Kunden einmal sprechen und sie halt so Unternehmen öffnen für Ideen, die von außen kommen. Bisher haben wir ja alle so die Attitüde gehabt, Ideen müssen aus dem Unternehmen selber kommen, um gut zu sein, alles andere ist ja der Mitbewerber und falsch. Und ich finde es toll, dass Adidas dann sogar Open Source genannt hat. Korrekter wäre ja eigentlich Open Innovation zu sagen, weil das ist das Paradigma, wo an der WU Wien zum Beispiel auch darum geforscht hat, wie ich es schaffe als Unternehmen, schneller auf Ideen von außen und innen zu reagieren und damit flexibler umzugehen. Und in dem Fall, bei Adidas ist es zum Beispiel so, die haben eine wunderschöne, also wesentlich schöner als meines Leids gebaute Präsentation von ihrem Marketing online, wo sie darlegen, was sie mit Open Source meinen. Und ein konkreter Punkt war zum Beispiel, dass es doch gescheit wäre, wenn man schon den Ball für die brasilianische Fußball-WM damals produziert hat, die Leute in Brasilien zu fragen, naja, was war denn ein gescheiter Name? Üblicherweise gibt man dem irgendeinen Namen, der dann am Ende des Tages wieder leicht rassistisch oder was auch immer ist. Das hat man ja alles schon gesehen, solche Marketing-Fails. Und im Wesentlichen spart man sich halt Geld, wenn man die Leute vorher einfach mal fragt und sich dann auch überlegt, wie kann ich mit dem Feedback tatsächlich umgehen. Und das dritte Interessante ist, Open Stack haben wir ja wahrscheinlich heute schon ein bisschen was drüber gehört, und was passiert da noch? Also es ist nicht nur der Fall, dass Konkurrenten wie HP, EMC und Co. aus der Hardware-Ecke mit Konkurrenten wie Rettet Susa natürlich auch und Mirantes, wie sie alle heißen, eigentlich gemeinsam an einem Projekt arbeiten, sondern was viel spannender ist, finde ich, ist diese Open-NFV-Initiative. Das muss man sich vorstellen, dass große Telco-Konzerne wie eine A1-Telekom, wie eine Vodafone und Co. sich zusammengesetzt haben und festgestellt haben, naja, 5G ist ja nicht umsonst, unsere Kunden zahlen uns eigentlich ja nicht viel mehr Geld dafür und wir müssen jetzt ja wieder eine große Einkaufstour bei Ericsson, Nokia und ZTE und Huawei starten. Und im Endeffekt, all diese Sachen, die wir da teuer vergoldet kaufen, könnt ihr genauso mit Software machen. Und sie haben auch realisiert, naja, im Wesentlichen, all diese Dinge drunter, die sind bei uns auch nicht so unterschiedlich von der Basis-Infrastruktur. Und da hatten wir eben auch in einem Standards-Committee festgelegt, wir könnten uns wesentlich viel Geld sparen, ziemlich viel Geld sparen, wenn wir da einfach zusammenarbeiten, kollaborieren bei dem, was keinen Wettbewerbsunterschied macht. Und da finde ich es dann schon recht spannend, weil, muss man sich vorstellen, diese Committees, wie die aussehen müssten, oder? Es sind Konkurrenten drin, die sich eh schon nicht so richtig trauen, miteinander zu kommunizieren, dann deren Lieferanten, die untereinander wieder verfeindet sind. Das ist relativ spannend. Und trotzdem sehen die Leute alle einen Mehrwert darin und tun sich das an. Ich glaube, letztens sogar, gut, letztens, das ist, glaube ich, sogar schon von 2015, ein Artikel aus dem Harvard Business Review, wo man festgestellt hat, inzwischen sind die Leute gezwungen, so viel mit externen und internen Stellen zu kollaborieren, um irgendwas weiterzubekommen, dass es viel in einen Burnout treibt. Und da frage ich mich natürlich, wenn diese Zusammenarbeit so schwierig ist, warum ist es der einzige Weg? Und mein Lieblingsbeispiel ist natürlich das CERN. Irgendwann hat man in der Wissenschaft schon festgestellt, naja, Grundlagenforschung, das ist, wenn ich es in Deutschland mache, genauso die physikalischen Verhältnisse wie in der Schweiz, wie in Russland, wie sonst wo, warum sollte jeder sein eigenes CERN bauen? Machen wir das doch gemeinsam. Weil die Komplexität, die dahinter steckt, einfach alleine nicht mehr finanziell abdeckbar und nicht mehr beherrschbar ist. Und das gleiche Thema sehen wir am Ende des Tages ja auch in der IT und deswegen sagen wir, das ist einfach der Haupttreiber, warum Open Source dort gewinnen wird oder schon gewonnen hat. Aus unserer Perspektive natürlich sind wir offen für diese Diskussion, diesen Streit, wenn jemand Lust hat. Genau. Und an der Stelle, wir zitieren ja ganz gerne mehr konservative Medien wie Forbes, weil von denen glaubt man es am wenigsten. Das ist das derzeitige Ranking 2016 im Sommer, glaube ich, das aktuellste Most Innovative Companies in the World. Und interessanterweise ist Rettet auf der 25. Stelle. Wenn ich mir sonst umschaue, finde ich keinen der bekannten proprietären Softwareanbieter. Also da ist kein Microsoft auf diesem Ranking kein IBM, kein Oracle, niemand. Und jetzt wollen wir natürlich nicht proponent sein, wie kann es sein, dass eine Firma mit gerade einmal 10.000 Angestellten gescheiter ist als alle anderen. Das ist natürlich ein Käse. Weil im Endeffekt um die mehr Geld, die könnten sie eh die der ehreren Leiter leisten. Wenn man so ganz ehrlich ist. Aber die haben ja Hunderttausende Angestellte und wir zehn. Der Gedanke ist eben genau, dass wir seit 20 plus Jahren nichts anderes machen, als das Open Innovation Paradigma zu implementieren. Also möglichst schnell auf Ideen, die in Open Source Communities entstehen, reagieren zu können. Und genauso das Feedback, was wir natürlich von unseren Kunden kriegen, wieder an die Communities zurücktragen. Und da darf ich ganz kurz zwei Marketingfolien einwerfen. Das ist nämlich uns wichtig, dass ein bisschen klar ist, wie unsere Produkte am Ende des Tages auch entstehen. Alles, was Rettet tut, ist 100% Open Source. Ich kann jetzt immer die Hand heben und sagen, uh, Ansible. Keiner, okay. Wir kaufen hin und wieder natürlich eine Firma zu. Unsere strategische Prämisse ist aber immer, dass alles, was wir zukaufen, 100% in die Open Source Communities zurückgegeben wird. Und das ist nicht nur so, weil wir irgendwie große Wohltäter sind, sondern weil unser Geschäftsmodell nur dann funktioniert, wenn wir nicht alleine für die Maintenance von all diesen Produkten, die wir am Ende des Tages verkaufen, zuständig sind. Und an der Stelle sei ja gesagt, viele Unternehmen, die sie dazu entscheiden, Technologie Open zu sourcen, machen sie genau aus dem Grund, weil sie sagen, warum soll ich alleine ein Deployment Tool für ein OS zum Beispiel maintainen, was ich halt gerade brauche. Das Problem haben sicher andere und wenn jeder einfach 1% beiträgt, aber 100% des Benefits hat, dann ist das für alle eine spannende Geschichte. Und das heißt, für uns ist es natürlich an erster Stelle mal ganz wichtig, in diesen Projekten mitzuarbeiten. Also heute sprechen wir ja nachher noch ein bisschen über Kubernetes, Docker und Co. und wir hatten ja damals mit OpenShift eine Plattform, die eben nicht auf diese Formate gesetzt hat, haben aber auch irgendwann realisiert, das wird nichts, wir werden das nicht auf die Reihe kriegen, Docker setzt sehr einfach durch und wir haben 2015 den Hardcut gemacht und gesagt, alles was OpenShift 4.2 war, falls das jemals mal jemand gehört hat, bitte auch vergessen, das ist tot, außer den Namen gibt es das nicht mehr. Wir setzen auf Docker und Kubernetes und inzwischen nach dieser kurzen Zeit haben wir es geschafft, zum Beispiel bei Kubernetes nach Google der zweitgrößte Contributor zu sein, weil wir sagen, es setzt natürlich voraus, wenn wir irgendwo Dienstleistungen dazu anbieten, Support anbieten, dann müssen wir natürlich auch das Produkt mitgestalten, einen Einblick haben, überhaupt helfen zu können, wenn was passiert und auf der anderen Seite haben wir ein ganz klares Commitment, ein Good Citizen in den Open Source Communities zu sein, wo wir beteiligt sind, das heißt, wie komme ich dann überhaupt dazu, dass ich mitentscheiden darf, indem ich mich erst einmal einbringe. Das heißt, ich fange an, die weniger angenehme Arbeit zu machen, Bugfixes, Documentation richtig zu schreiben, das wo eh keiner großartig Lust dazu hat, was er aber gemacht gehört und dann einmal zu zeigen, wir sind bereit zu investieren, Zeit aufzuwenden, dass das gut funktioniert, dass er was weiterentwickelt und dann überträgt man uns natürlich auch gewissermaßen mehr Recht mitzusprechen. Also diese klassische Open Source Meritocracy, für die wir auch stehen. Und dann am Ende des Tages für die Produkte, also Open Source hat ja Projekte, wir verkaufen am Ende des Tages keine Projekte, sondern Produkte, machen wir natürlich eine unglaubliche Menge an Qualitätssicherung, solche Arbeiten, die auch nicht unbedingt die spaßigsten sind. Wir kümmern uns um Zertifizierungen und am Ende des Tages steht dann am Anfang immer das Community-Projekt, aber dahinter, was wir verkaufen, hat natürlich den Brand da mit drauf. Und man sieht es relativ schön, wir haben natürlich angefangen mit Linux, dann gab es den großen zweiten Punkt mit der Javas Community 2007, was wir die Firma gekauft haben in Frankreich, wo viel von den Engineers drin gesessen sind und inzwischen passen die ganzen Logos schon immer auf eine Slide. Und ich glaube, das ist aus meiner Perspektive der Grund, warum Forbes uns auch auf dieses Ranking drauf gesetzt hat, weil wir es schon seit Jahrzehnten schaffen, wo Unternehmen heute nicht wissen, wie sie da hinkommen, wie sie auf externe Ideen schnell reagieren, schnell zum Markt kommen, einfach aufgrund der Tatsache, dass man eine coole Technologie irgendwo gesehen hat und sagt, hey, da könnt ihr was damit tun. Gut, das mal zum Thema Open Source. Wir haben vorhin ein bisschen über die Kollaboration geschrieben und ich wollte, ich bin Historiker vielleicht an der Stelle, also das ist quasi ein Muss für mich, das ist in die Vergangenheit, ein bisschen Blick, komme einfach nicht aus. Ein bisschen die Kollaboration in den IT-Umgebungen, die wir bei unseren lieben Kunden halt draußen so sehen in der Praxis, warum dieser ganze DevOps-Hype gerade passiert und dieses Passwort eigentlich jetzt inzwischen auch schon auf jeder Folie mit draufsteht. Ursprünglicherweise war es einmal so, die IT-Welt war dann relativ klein, dass man sagen hat können, die Elektroingenieure, die damals die Mainfilms gebracht haben in den 60er Jahren, die haben sich alle gekannt, das waren vielleicht drei Leute in einem Zimmer und wenn einer was gebraucht hat, hat man gesagt, du, kannst du schnell. War relativ trivial und auf der anderen Seite war es so, dass die meisten aufgrund der noch nicht so schlimmen komplexen Umgebungen haben sagen können, ja, ich habe ungefähr einen Blick, was das Gesamtsystem eigentlich so tut, wo ich hingreifen muss, habe ich unter Kontrolle. Wie wir alle wissen, die IT hat sich seitdem ziemlich stark verändert, das heißt, was wir gesehen haben, war einfach, ja, extreme Nachfrage nach mehr Computerisierung, mehr Automatisierung, die ich irgendwo mit Computern zu tun hatte und das hat natürlich viele Dinge komplexer gemacht. Das heißt, am Ende des Tages, ich bin nicht ausgekommen, ich habe mich irgendwo spezialisieren müssen. Nicht, weil ich gesagt habe, der Rest ist mir wurscht, sondern weil ich gesagt habe, ich kann es einfach nicht mehr anders. Also ich habe selber mal was anderes gemacht, ich habe mir Unternehmen beraten, die ihre Lizenzkosten nicht unter Kontrolle hatten, wie man aus solchen Audits rauskommt und jetzt nach zwei Jahren redet, ich habe von den Basics natürlich noch eine Ahnung, aber einfach das neue Wissen, was auf mich zukommt, drückt das alte zum Teil raus und das ist was ganz Menschliches, dass man sagt, ich habe mein Spezialgebiet, so hat man die Organisationskulturen auch aufgebaut, hat gesagt, wir haben eine Netzwerkabteilung, wir haben eine Storageabteilung und wir haben eine, weiß auch nicht, Betriebssystemabteilung, was auch immer, je nachdem, wie groß mein Betrieb eben war und Sie sehen es schon, man baut sich dann eben seine kleinen Spezialhäusern und was ist am Ende dieser Kette nach ein paar Jahrzehnten passiert, man hat sich so weit spezialisiert, dass man eigentlich mit seinem Spezialgebiet der einzige war, dann auch gestanden ist, das heißt natürlich irgendwo nachts, wenn es darum geht, wir machen irgendeine Migration, dann hat man natürlich anzutreten und da zu sein, weil es könnte ja was sein, was einen betrifft und das führt natürlich auch dazu, dass immer mehr Menschen einfach irgendwo an den Burnout getrieben werden, weil sie es nicht mehr schaffen, also ich denke, das ist eh halbwegs gut untersucht in der IT, ist einfach die, ja, kann ich nicht mehr bestätigen, die Workloader sehr hohe und die meisten Leute kommen mit 40 Stunden halt einfach nicht aus und viele treibt das halt auch nervig runter, weil einfach niemand mehr da ist, der sie ersetzen könnte. Was den Unternehmen auf der anderen Seite natürlich auch nicht gefällt, muss man auch dazu sagen. Und aus dem heraus sind wir halt leider bei vielen Unternehmen, egal ob es kommerziell ist oder ob das eher Startups sind oder ob das, ich sage einmal, Government Entity sind, es ist völlig wurscht. Oft in der Situation, wenn man es auf den Bildern da schön sieht, ich kapsel mir natürlich bewusst ab, werfe andere Abteilungen was über uns hauen und sage, du, ich habe meinen Job eh gemacht, jetzt mach du weiter. Geht mir nichts mehr an, das ist dein Problem. Und das ist natürlich nicht die angenehmste Situation und in der Welt reden jetzt alle von Digitalisierung. Also der derzeitige CEO von General Electrics hat letztes Jahr im Sommer gesagt, wer heiter in seinen 20ern bei GE anfängt, wurscht, ob der Vertriebler ist, ob der im Marketing ist oder sonst irgendwas macht, der wird programmieren lernen. Und jeder, der im Betrieb arbeitet, hat sich wahrscheinlich irgendwie so leicht in den Kopf geschossen und gesagt, wenn jetzt alle programmieren, selbst der Vertriebs vorabläufig gegenüber, wer soll denn das noch betreiben? Das ist ja alles eine riesige Katastrophe. So wie ich es bisher mache, wäre da garantiert ziemlich den Bach runtergehen. Und in diesem Umfeld ist natürlich dann diese DevOps-Philosophie entstanden. Man kann sich schon ein bisschen denken, warum geht es, ist es relativ trivial, wenn man sich das Buch Phoenix Project dazu einmal durchliest, was man empfehlen kann. es geht eigentlich hauptsächlich um die Beziehung zwischen den beiden. Und weitergesprochen geht es darum, dass beide ihren Blick wieder an Zacken erweitern. Wenn ich heute zu jemandem gehe, der in so einem Silo, wie wir es vorhin gesehen haben, arbeitet und frage, wir sind in Karte, da steht irgendwie Netzwerktechniker, was machst du eigentlich beruflich, wenn ich jetzt KITler bin? Da würde man wahrscheinlich irgendwas sagen von, ja, ich gebe halt die Ports frei und gebe mir die Firewall und so Geschichten, oder? Und die eigentliche Antwort, die ich aus dem DevOps-Gedanken hören möchte, ist, dadurch, dass ich meine Ports immer freigebe und die Security-Richtlinien enforce, ist unser Webshop sicher und meine Firma kann einen guten Umsatz lukrieren. Also Ziel ist es, dass die Leute wieder ein bisschen das große Ganze in den Blick bekommen und dadurch in der Lage sind zu überlegen, was kann ich mit meinen Skills, mit meiner Spezialisierung eigentlich beitragen, dass das große Ganze weitergeht und nicht, was ist in meinem Bereich das Beste, was ich tun kann. Weil das funktioniert einfach nicht mehr. Und das heißt natürlich, wenn ich aus dieser alten Kultur komme, das ist natürlich oft nicht angenehm, weil da haben sie jahrelang unangenehme Situationen eingelebt, da gibt es Firmen, wo man sich regelmäßig anschreit und beleidigt, also hätten wir schon Gerüchte vernommen, sagen wir jetzt aber nicht wo, wollen ja keinen verleiden. Und das ist natürlich sehr schwierig, weil wenn ich von der FAP spreche, der große Konsens, um was es da eigentlich geht, da gibt es so ein tolles Akronym, das ist Corms auf Englisch, also C für Culture, A ist Automation, L war Lean, M war Measurement und S ist Sharing. Und C und S sind immer so ein bisschen vernetzt, also Culture und Sharing hat natürlich auch ein bisschen mit Vertrauen zu tun, das heißt, wie komme ich eigentlich wieder dahin, dass die Leute gegenseitig, dass diese gegenseitig Vertrauen überhaupt in Dialog suchen und dann in so einer Session überhaupt entscheiden können, was das Beste ist für das Ziel, was man verfolgt. Ein wichtiges Mindset ist eben auch, ähnlich wie das bei Red hat eh schon passiert, wir müssen von Projekt denken auf Produkt denken kommen. Weil wenn ich jetzt ein Projekt starte, dann wissen wir ja, wenn das Projekt irgendwie hat es eine Deadline und dann ist es tot, dann ist es beendet. Wenn ich eine Produktion plane, dann plane ich aber eigentlich alles, bis die Maschinen abgebaut sind. Und das ist aus unserer Perspektive auch die wesentlich seriöse Variante, weil am Ende des Tages, wenn ihr ein Projekt abgeschlossen habt, dann wird es oft vergessen. Ja, das rentt jetzt, passt und in zehn Jahren finden wir es wieder, kann auch was, was der Server tut und wir haben alle einen Schmerz damit. Das heißt, ein bisschen anders wieder planend heranzugehen und da sind wir auch ein bisschen beim Automation-Thema. Die Leute glauben ja alle, Automation mache ich, weil der Chef mir loswerden will und ich dann eigentlich keinen Job mehr habe. Und das ist nicht ganz richtig, weil eigentlich geht es bei Automatisierung oft viel eher um Planbarkeit und um Reproduzierbarkeit. Weil ich weg davon will, dass ich jedes Mal, wenn irgendein Fehler auftritt, wohin greife, das händisch repariere, nicht dokumentiere und nachher weiß keiner, warum ist der Server jetzt anders als die anderen. Also ich schaffe mir halt Unmengen an Artefakten und das will ich in einem stabilen Betrieb eigentlich nicht haben. Und wenn ich jetzt an Automation auch denke, dann sollte man sich eher vor Augen halten, ich bin dann zukünftig nicht mehr der Systemadministrator, der irgendwo hingreift und hinklickt, sondern ich bin eigentlich derjenige, der die Fabriksanlage und die Materialien und alles dazu entwickelt, dafür sorgt, dass es stabil ist und natürlich dann später an einem Continuous Improvement irgendwann natürlich auch verbessert, auf Fehlerfälle reagiert, solche Dinge. Und das ist ein bisschen mein Lieblingsbild, muss ich gestehen, nicht nur, weil ich gerne Pizza esse, sondern weil ich finde, es zeigt relativ schön, wird wahrscheinlich ein Marketingbild von Dr. Oetker sein, mit dem ich keinen Werbevertrag habe an der Stelle. Aber so ähnlich kann man sich das ja durchaus vorstellen. Wenn ich so etwas Triviales wäre, Tiefkühlpizza herstellen will, dann brauche ich eine unglaubliche Menge an Spezialisten, die mitarbeiten und jeder hat eigentlich am Ende des Tages ein bisschen widerstrebende Interessen. Also jetzt jemand, der selber gerne kocht, sage ich, wenn ich Pizza packe, dann nehme ich natürlich eine gescheite Salami irgendwo aus Sizilien, irgendwas Tolles. Wird mir der Einkäufer natürlich sagen, ja, aber wir haben ein Ziel von 3,50 Euro. Wenn ich die Salami nehme, dann wird es irgendwie mit dem Teig knapp. Dann wird es schier. Und auf der anderen Seite wird mir der Lebensmitteltechniker sagen, ja, das ist nett, Franz, mit der Salami, aber da sind irgendwelche Birkwelsalze drin, wenn wir die einfrieren, dann haben wir dort die Kunden und das wollen wir auch nicht. Und am Ende des Tages, wenn ich an ein DevOps-Team denke, was man dann oft eben Delivery-Team nennt, sitzen all diese verschiedenen Spezialgebiete, die trotzdem erhalten bleiben, zusammen und überlegen gemeinsam, was kann derjenige dazu beitragen, um effektiv das Gesamtprojekt zu beschleunigen. Nicht, was ist in seinem Spezialgebiet die beste Lösung. Genau. Das war einmal die philosophische Komponente. Wie gesagt, wir haben ein bisschen ein Live-Demo auch dabei. Und um das ein bisschen überzuführen, was wir halt sehr oft sehen, ist, dass dieser Containertrend, der mehr oder weniger gleichzeitig um diese ganze DevOps-Ecke aufgepoppt ist, rund um Docker, Kubernetes und Co., oft reinkommt, wo ein Kunde auch ein bisschen einen Cut macht. Einfach sagt, ich merke selber, ich muss immer mehr betreiben, mein Chef gibt mir keine Operations-Ressourcen mehr dazu. Das heißt, ich muss irgendwie umdenken, ich muss meine Architektur ändern, ich muss die Art, wie ich arbeite, auch verändern. Und für uns ist es immer so ein bisschen Hand in Hand eine Technologie- und Architektur-Change gemeinsam mit einem versuchten Culture-Change. Und wir haben eben sehr schön gesehen, dass Technologie Kultur nie ersetzen kann. Also in gar keinen Fall, wenn ich die Kultur und meine Prozesse nicht auf die Reihe kriege, ist die Technologie de facto wertlos, die ich mir heutzutage dann neu antun kann. Aber Technologie hilft sehr oft, diesen Prozess überhaupt bei uns Rollen zu bringen, weil jeder ein bisschen die Motivation hat, was Neues zu machen und in einem neuen Projekt auch sieht, da ist eigentlich für mein Spezialgebiet was dabei, dafür sollte ich vielleicht auch ein paar Kompromisse eingehen, die ich sonst nicht bereit gewesen wäre zu tun. Und für uns ist das eben einfach ein Thema, was mit unserer Container-Plattform, also mit OpenShift, einhergeht, ich werde es noch ganz schnell kurz umreißen, was geht es da eigentlich und dann übergebe ich den Robert und der kann das einfach mal herzeigen. Ich hoffe, mit dem Licht was da sehen. Docker ist glaube ich bekannt, es hat sich selbst auch bei Forbes schon herumgesprochen, dass Docker de facto den Formatkrieg gewonnen hat. Gott sei Dank gibt es auch die OCI, falls das jemand schon mal gehört hat, Open Container Initiative, das heißt, es wird da gerade versucht, eben auch einen Standard für Container-Formate zu schreiben, dass wir uns da nicht wieder in die Quere kommen, jeder versucht seinen eigenen Standard zu pushen, wenn im Endeffekt alle zersplittert unhappy sind und wir als Red Hat liefern mit unserem Red Hat Enterprise Linux eben auch Docker und Kubernetes ohne irgendeinen Aufpreis mit aus. Es ist nicht ganz Docker, also wir haben vorhin der Pause schon kurz darüber geredet, Docker versucht hier gerade das Geschäftsmodell ein bisschen zu ändern und ein bisschen proprietärer zu werden, was wir natürlich nicht gut finden und Docker blockt leider ein paar Changes. Also ein kleines Beispiel, wenn ich jetzt mit Docker normal arbeite, ohne das, was wir eben mit ausliefern, ist es so, dass ich die ganz normale Docker-Registry halt in meinem Docker mit drinnen habe und dann sind all diese vielen ungepatchten Images, die da draußen im Internet herumkursieren, halt irgendwo in der Gefahr an meinen Betrieb zu gelangen und das ist zum Beispiel was, was kommerzielle Unternehmen einfach nicht machen. Das spielt es nicht. Wir haben eine relativ einfache Funktionalität, dass sich dieses Repository Blacklisten oder Whitelisten kann eingebaut. Natürlich wie alles, was wir tun, Upstream first auch rausgepusht, aber Docker nimmt den Change halt nicht an. Sie werden ja einen Grund haben. Das ist einmal die Sache, die wir eben ganz normal Linux mitnehmen und wir sagen auch, am Ende des Tages, Container sind Linux-Technologie und für uns kommt es also sehr stark darauf an, welchen Linux-Körnel, welches Linux nutze ich denn und man kann sich das denken, wir empfehlen natürlich ganz klar, dass Rated Enterprise Linux überzeugt sind, dass es das Bessere ist, das Stabilere ist und wir zum Beispiel forsten ja auch an unserer Container-Plattform den Einsatz von SE-Linux auf Fully-Enforced. Da gibt es alle Leute, die finden das weniger cool, aber wir stehen da dazu und das ist uns aus Security-Perspektive ganz wichtig. Was wir auch anbieten, das gibt es auch als Upstream-Projekt, einfach mal Project Atomic googeln, das ist letzten Endes ein ganz, ganz kleines abgespecktes Linux, das kann genau nichts, ich kann nicht einmal ein Paket danach installieren, da ist im Prinzip nur Docker drin und Kubernetes und das hat 300 MB. Also das entspricht diesem neuen Paradigmen von Immutable Infrastructure. Weil da, wo ich per se nichts ändern kann, da bin ich natürlich sehr schwer, gemeine Changes einzubringen, die aus Security-Perspektive bedenklich sind. Genau, drüber läuft Kubernetes, Kubernetes nochmal ganz kurz, das ist eben das Projekt von Google, werde ich brauchen, wenn ich vielleicht mehr als ein Container betreibe, weil wenn ich ein Container betreibe, ist alles fein. Wenn ich sage, ich habe zwei und die sollten miteinander sprechen, dann kriege ich es vielleicht auch noch auf die Reihe, aber spätestens, was wir aus der Praxis sehen, wenn ich 1000 habe und aus 10 VMs werden schnell einmal 1000 Container, wenn ich meine Architektur umbaue, das haben wir auch schon in Österreich gesehen, dass wir nicht denken, dass das jetzt bloß im Ausland da passiert, dann habe ich ein Problem, weil 1000 Container händisch so zu pflegen, wie heute 100 Server oder 10 Server pflegt, das ist einfach Menschen nicht mehr machbar und da brauche ich eben Orchestration-Konzepte. Das kommt aus dem Kubernetes, wir sagen, das ist Webscale, weil es kommt von Google und wenn Google damit auskommt, dann glaube ich, finden wir zumindest da im Land keinen der Probleme kriegt, aber gibt es auch Benchmarks online, das kann man sich gerne mal anschauen. Networking ist geklärt, was mache ich zum Beispiel, wenn ich jetzt für meine Applikation irgendwo noch persistenten Speicher brauche, also Sachen, die nicht weg sind, wenn der Container runtergefahren wird, neu gestartet wird, das sind Dinge, die eben auch mit dem Kubernetes lösen kann und auf der anderen Seite aus einer Betriebsperspektive möchte ich natürlich auch sehen, dass ich weiß, ob jetzt 10 Container, habe ich 1000, wie viel RAM braucht ein Container, dass ich vielleicht einmal irgendwann eine Hardware kaufen muss, solche Themen. Und oben drüber über diese beiden Projekte hat Rettet natürlich selber eine Menge entwickelt, was auch im Projekt OpenShift Origin natürlich Open Source ist, falls ihr das hier mal anschauen, will ich immer gern. Und zwar vor allem einmal gibt es ein Selbstservice-Portal, weil in dem Moment, wo ich die Kollaboration von Entwicklern und Betrieben bis sie automatisieren möchte, ist es natürlich gut, wenn jeder bis zu einem gewissen Grad selber tun und lassen kann, was er will, in vorher definierten Gänzen. Wir haben auf der anderen Seite die Möglichkeit und das ist eines der cooleren Dinge, die wir dann gleich zeigen, mit Source to Image dem Entwickler eigentlich komplett das darunter wegzunehmen, zu sagen, du lieber Entwickler, du kannst gut coden, schreib dann den Code in den GitHub, schreibst in unser internes Repo und jedes Mal, wenn du eine Zeile Code veränderst, holt sich die Plattform automatisch den Code, baut ein neues Container-Match draus und setzt es in der Testumgebung in Betrieb, dass er sofort schauen kann und Feedback hat, der Code, den ich geschrieben habe, tut dir, was er soll. Ohne, dass der Betrieb dadurch zusätzliche Arbeit hat mit Feinprovisionieren, irgendwelche Proxis anscheuten, Netzwerkprovisionieren, all diese Dinge, die halt Zeit kosten. Und das heißt, was wir damit machen, ist natürlich auch den Leuten ein bisschen die Angst zu nehmen, einmal zu experimentieren, insbesondere im Unternehmensumfeld, wo Experimentieren oft mit, hat nicht funktioniert, du bist gefeuert, assoziiert wird. Diese Startup-Kultur ist leider noch nicht so ganz durchgekommen in die klassischen Unternehmen. Und auf der anderen Seite haben wir uns natürlich sehr viel mit dem Lifecycle beschäftigt. Also gerade, wenn ich jetzt in großen Entwicklungsprojekten arbeite, ist es ja so, dass ich dann relativ viele Stages habe. Ich fange irgendwo mal im Test an, dann geht es in Richtung, jetzt fange ich mit Dev an, dann geht es in Richtung Test, Integration, Staging Production oder Pre-Production noch davor. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie gehe ich zum Beispiel mit dem Container-Image um, wenn ich irgendwo im Test vielleicht noch eine nicht-persistente Datenbank habe und dann in der Produktion habe ich halt meine teiere Oracle-Rack-Maschine stehen, wie gehe ich mit den Environment-Variablen um? Wie kann ich das seriös von der Umgebung auch auf die Produktionsumgebung rüberbringen? All solche Thematiken haben wir uns angenommen und an der Stelle halte ich einfach mal die Pappen und gebe dem Robert und du zeigst uns zum Thema So hast du irgendwas her? Den letzten Teil auch noch. Entschuldige. Ja, genau, stimmt. Das sollte man noch zeigen. Wir sind wirklich von diesem Container-Thema überzeugt und wir zeigen das aus der einen Seite daher. Alle Produkte, die wir als Räte zu anbieten, auch aus der Mittelwehr-Ecke, vom gemeinen ERP bis hin zu Business-Rouge-Management und Co., liefern wir einen Container fixfertig für die Konsumation aus und auch alle unsere anderen Produkte, wie zum Beispiel API-Management, sind fixfertig als Container-Image verfügbar. Bei API-Management gerade so, dass es derzeit nur im Container-Format lieferbar ist und nicht klassisch und wir werden, na, geht auch schon klassisch? Du wirst mehr als sie. Okay, passt. Deswegen bin ich im Vertrieb. Und bei uns ist es auch so, dass wir jetzt ja gerade überlegen, wie geht es mit dem Rated 8 irgendwann mal weiter. Wir sind ja derzeit bei 7 und ich habe das Glück gehabt, ein bisschen die Brainstorming-Session mal mitzubekommen und natürlich war auch die Idee geäußert worden, warum baue ich mein Linux-Betriebssystem nicht wesentlich modularer und containerbasierter. Das ist natürlich noch ein weiter Weg in diese Richtung, aber diese Sachen sind diskutiert und nachdem Rell ja für uns auch der Umsatzheilsbringer noch immer ist und ein großer Teil denke ich, dass wir damit auch sehr offen zeigen, wie überzeugt wir sind, wenn wir unsere Cash-Core, unser bestes Produkt im Stall sozusagen, das Älteste auch in diese Richtung bewegen. und genau, das wäre jetzt eh schon dein Part. Gut, dann werde ich es jetzt einmal übernehmen. Also ich habe hier vor, ein bisschen was aus dem Magic UI her zu zeigen, wir können aber das gleiche natürlich auch über die Commandline machen beziehungsweise falls jemand interessiert, kann ich auch die Rest-EPIs aufrufen. Ich habe jetzt nicht die komplette Doku da, aber nur einmal zu zeigen, wie sowas ausschauen kann. Vielleicht zur Umgebung, ich habe hier meinen Desktop-Rechner, auf dem ich eben ein Virtual Image habe. Wir unterscheiden im OpenShift unterscheiden wir zwischen sogenannten Master-Rechner und den Worker-Nodes. Der Master-Rechner ist also der, der die Konfiguration über sein gesamtes Environment hat und die Nodes sind dann dort, wo die Container laufen, die die Arbeit durchführen. Und in der kleinsten Einheit kann man Ah, okay. Ich untermale dich nur. Nein, lass das weg. Da ist viel zu viel drauf. In der kleinsten Konfiguration habe ich Master und Node gleichzeitig. Das heißt, das ist natürlich auf der gleichen Maschine ist natürlich nichts ausfallsicher, ist eh klar. Wenn der eine Rechner wegfällt, ist natürlich alles im Eimer. Aber für eine Demo reicht das natürlich durchaus aus. In komplexen Umgebungen hat man dann drei Master-Nodes Ja, natürlich. Ja, okay. Hat man dann drei Master-Nodes und ich sage jetzt einmal zwei, fünf, zehn, zwanzig Work-Nodes. Das hängt halt davon ab, einfach wie groß die Maschinen sind, die man dazu hat und wie viel Last man einfach da drauf bringt. Gut. Das einmal zur Theorie. Wie gesagt, wenn Fragen bitte unterbrechen. Als erstes muss ich mich natürlich dort anmelden. Dazu gibt es halt die Möglichkeit, das über irgendein LDAP zu machen, über irgendein User-Verzeichnis, was auch immer, muss ich halt einbinden. Ich habe sie halt relativ einfach. Ich melde mich an und wenn ich als User einmal kein Projekt zugeordnet habe und ich habe auch die Erlaubnis, neue Projekte anzulegen, dann habe ich einfach da in der Mitte einmal New Projects. Das kann ich also von der Guri-Oberfläche machen, wenn alles glatt geht, kann ich mich auch, ich mache mal mal Clear, kann ich auch per Command-Line ein Login machen, natürlich mit den gleichen Credentials. Jetzt sagt er, okay, du hast kein Projekt, sonst würde man hier auch die Liste angeben, aber ich kann hier OC New Project machen, Project, Demo. kann screenen. Viel besser? Okay, also ich habe mich angemeldet mit Login und habe jetzt ein neues Projekt angelegt und er sagt, okay, jetzt könnte ich auch eine neue Applikation gleich anlegen und gebe dir mal gleich ein Beispiel dazu. Was aber das Coole an der ganzen Geschichte ist, wenn man sich erinnern, wie der Screen vorher ausgesehen hat, wo ich da in der Mitte den Button New Project gehabt habe, habe ich jetzt natürlich sofort das Projekt hier schon zum Auswählen. Ich könnte natürlich hier auch wiederum ein neues Projekt anlegen oder ich könnte mit dem da jetzt weitermachen. Also, wo ich jetzt was tue oder auch über das EPI, das habe ich jetzt nicht durchgeführt, ist völlig unerheblich. Wer weiß, wie das funktioniert, dass ich da den Screen aktualisiert habe, obwohl ich kein Refresh-Button gedrückt habe? Wer kennt die Technik? Wer hat das schon mal gehört? Das nennt sich WebSockets. Das heißt, da bekommt der Client vom Server sehr wohl Nachricht, dass sich hier was geändert hat und damit wird das Screen aktualisiert. Ich könnte jetzt natürlich auch das Projekt löschen, dann verschwindet es automatisch hier auch vom Bildschirm. Damit habe ich ja automatisch auch Aktualisierungen, ohne irgendwie einen Refresh in meiner Web-Anwendung zu machen. Gut, ich mache jetzt trotzdem da weiter, weil es einfach einfacher ist, weniger zu tippen. Ich gehe ins Projekt. Und jetzt sagt er mir, okay, ich könnte jetzt wieder auch da noch ein Aid-Project haben. Wir sehen hier schon eine Struktur, die da ist, wo ich halt die Informationen bekomme. Aber ich möchte jetzt einfach was zu dem Projekt hinzufügen. Was jetzt hier erscheint für Möglichkeiten, was ich zu meinem Projekt hinzufüge, das ist natürlich normalerweise abhängig von dem, was mir mein Rechenzentrum, was mir meine Umgebung zur Verfügung stellt. Also wir sehen das natürlich, zwar der Entwickler kann alleine sich auch so eine Umgebung aufbauen, dann hat er das zwar alles drinnen, aber natürlich in einer sogenannten DevOps-Umgebung wird Operations ihm das zur Verfügung stellen, was er denn eigentlich vom Unternehmen, was er von der IT, was er Möglichkeiten zur Verfügung stellen, was ihm die zur Verfügung stellen. Und wenn ich die unterbrechen darf, ich werde dafür bezahlt, dass er Techniker unterbrecht, das ist ganz wichtig, du verzeihst. Das ist wieder der Gedanke, wo wir uns zum ersten Mal sehen, dass es hilfreich ist wie Technologie diesen Prozess des Umlernens beschleunigen kann. Weil als erstes würde ich natürlich in einer konkreten Umgebung jetzt anfangen, ich gebe mir mit einem Basis-Image her und der Entwickler kann komplett alles Self-Service machen, wo ich als Betrieb weiß, das kann ich automatisiert und relativ einfach ohne zusätzlichen Effort auch unterstützen und supporten. Und wenn ich mir dadurch Zeit freigeschafft habe, kann ich dazu beginnen, immer mehr Stacks quasi zur Verfügung zu stellen, mit denen die Leute im Self-Service arbeiten zu können, mit einem Pace, wo ich auch als Unternehmen irgendwo klarkomme, wo ich dann auch als Betrieb nicht sage, ich komme in Burnout, weil ich jetzt 30 verschiedene OSS betreiben muss. Und da sieht man halt oft Self-Service können, die Leute sofort was machen. Ansonsten müssen sie den klassischen Weg gehen, das heißt zwei Wochen warten, bis so ein VM kommt, wo der Applikationsserver installiert ist und dann lernen halt viele Leute auf einmal doch Standards lieben, weil es eben sofort passiert und nicht nach drei Wochen. Wobei man hier sofort erkennt, OpenShift ist auch Entwicklungssprache-Agnostik. Das sind halt die Images, die wir selber mitliefern, ob das jetzt Java, JavaScript, .NET, Perl und wie sie alle heißen mögen, das sind die, die wir mitliefern und für die wir auch sofort einen Support, also wenn der Kunde eine Subscription hat, dann sind diese Images auch Supporter, das heißt alles, was da drinnen passiert, unterliegen auch dem Support. heißt aber nicht, dass man jetzt selber auch eins bauen kann oder auf Basis von den gelieferten Images noch Veränderungen vornehmen kann. Das ist natürlich die Frage der Umgebung, die man dann zur Verfügung stellt. Aber per se bin ich hier nicht an irgendeine gewisse Sprache, an irgendeine Entwicklungsmethodik hier gebunden. Music Compliance sollte es halt sein, dann sind wir eigentlich happy. Ja, aber ich sage jetzt einmal, in Wirklichkeit alles, was ich in einen Container hineinpacken kann, kann ich dort, kann ich hier unterstützen. Wie gesagt, wenn man dann da draufklickt, bei den Sprachen, dann kommt man halt hier zum Beispiel, da sieht man, wie viele verschiedene, also das sind halt oben wieder die Produkte, die wir unterstützen, ob das der klassische J-Boss ERP ist, oder eine Business Process Engine, oder Fuse, der Service Bus, kann ich hier mir anschauen. Oder, wenn man weiter runter scrollt, ist es halt auch noch Messaging, Single Sign-On, einfach, die ich hier auswähle. Das sind fertige Container, die ich nur mehr parametrisiere. Die aber immer dasselbe Container ist, nur mit anderen Parametern, verhält sich das Ding natürlich einfach anders. Oder da unten steht noch Uncategorized, aha, kurz ein Switch irgendwie, was nicht, irgendwer switcht mir gerade den Bildschirm. da ist er wieder. Da ist zum Beispiel Logging, da sind Metrics, da ist ein Nexus, wer Software entwickelt, Nexus als Software Repository, ist da, da ist das Freescale, also unser API Management, das heißt Gateway ist einfach da, ich brauche es nur einfach mal starten. So, wie fange ich jetzt an, wenn ich jetzt eben irgendwas entwickle, als Entwickler, von dem ich mir jetzt nicht um meine Docker Umgebung nicht mehr überlegen möchte, wo muss ich meinen Container bauen, sondern der wird mir einfach zur Verfügung gestellt und eins der trivialsten Sachen wäre zum Beispiel JavaScript, weiß nicht, wer JavaScript einmal entwickelt hat, beziehungsweise auch zum Vorzeigen, weil es das Building relativ schnell geht, da bekomme ich also nur einfach einen einzelnen Container, wo ich mein JavaScript da drinnen betreiben kann oder sogar schon eine Kombination, das heißt, das sind in Wirklichkeit dann zwei Containern, das ist schon ein Template, das aus mehreren besteht, wo eben das JavaScript drinnen läuft und eine MongoDB, einmal mit Persistent Storage und einmal mit Ephemeral Storage, also mit flüchtigem Storage. Zur Demo reicht vollkommen aus, dass wir das auswählen. er sagt oben gleich, welche Images er dann verwendet und in dem Fall bietet er mir eine Latte von Parametern an. Wie gesagt, alles Customizable, alles mit Vorgaben, das beginnt eben da das beginnt also mit dem Namen, geht über Memory Limits, die ich eben zum Beispiel vergeben kann, wie viel möchte ich dem eigentlich meinem Projekt zuordnen und das Wichtigste ist eben hier meine URL, wo meine Source liegt. Das heißt, der Entwickler entwickelt seine Source, wie er auch immer das machen möchte, mit welchem Tool er es auch immer machen möchte und in dem Fall ist es halt da jetzt auf GitHub hochgeladen, aber wir können einfach die URL nehmen und hoffentlich in einem zweiten Fenster öffnen und sollte das LAN funktionieren, dann sehen wir natürlich hier das Projekt auf GitHub, das könnte aber auch ein GOG-Server oder ein GitLab oder was auch immer sein, das ich eben halt erreichbar haben muss aus dieser OpenShift-Umgebung klarerweise und da habe ich einfach die Server-JS, das ist eben meine Node.js Source, die aber nichts eigentlich weiß, dass sie auf OpenShift läuft beziehungsweise da ist auch das Package, wo drinnen steht, was brauche ich denn eigentlich, das ist halt Basis von Node.js, da muss ich halt noch so ein Package-File dazulegen, was brauche ich denn eigentlich für Packages von Node.js. Das ist eigentlich, das ist der Pointer, den ich habe auf meine Software. Mehr brauche ich nicht. Wie das dort reinkommt auf mein GitHub oder GitLab oder wie gesagt auf mein Source-Verzeichnis, mit welchen Tools entwickelt wird, egal, mit welcher Sprache theoretisch, also ist ja egal. Das ist ja auch der Punkt, wie von Stein gesprochen hat, also am Ende des Tages, ob wir jetzt als DevOps-Delivery-Team Entwickler haben, die sehr nahe noch vielleicht im Betrieb sind und in der Lage sind, da wesentlich mehr mit den Parametern mitzugestalten oder ob ich sage, das sind sie skillmäßig eher nicht, kann ich mir entscheiden, will ich, dass sie einfach nur in GitHub ihren Code committen und dann ein automatischer Bild passiert, wo sie Feedback kriegen, sie von dem Rest überhaupt nicht sehen, also inklusive dieser Web-Gurie überhaupt nicht sehen oder will ich ihnen da mehr Einfluss geben. Die Wahl, wie ich das mache, liegt rein bei mir und am Ende des Tages, wie das Skill in meinem Team vergeben ist. Die Freiheit habe ich. Das ist ja zu schauen, Ergebnis als Deliberativen zu erzielen. Da gibt es eben dann für die Datenbank natürlich, gibt es eben so Parameter, wie soll meine Datenbank heißen und wie soll mein User heißen und mein Passwort heißen. In dem Fall kann ich das selbst versorgen. Das kann natürlich auch sein, man sieht die Felder sind alle da, ich könnte sie jetzt ausfüllen, wenn ich sie nicht ausfülle, wird es automatisch generiert und wird in dem zweiten Container injected. Das heißt, die Applikation hat gar keine Ahnung mehr, wie sie zur Datenbank kommt, sondern sie hat nur einfach einen Parameter, wo es die Datenbank weiß, wo es den User weiß und das Passwort weiß. Ob das dann am Ende des Tages wirklich eine MongoDB oder MySQL zum Schluss ist in Produktion oder eine Oracle-Datenbank, muss dem Projekt völlig wurscht sein. Damit schaffe ich aber eben diese komplette, diesen kompletten Cycle zwischen Entwicklung und Produktion zu schaffen. Wenn ich es nicht versorge, bleibt es einfach so da, was ich einfach mache, ich sage einfach Create. Was passiert jetzt? Man sagt mir jetzt, da hätte es das ins Kommando eingegeben, wären das die folgenden Kommando, ich gehe aber gleich einfach zur Übersicht über. Wenn wir uns das jetzt anschauen, wir sehen, er baut zwei Container oder er startet zwei Container, der MongoDB ist schon gestartet und ist auch schon up and running. Wir haben ihn kurz einmal gesehen, er war grau und dann ist er blau geworden und da auf der zweiten Seite, so jetzt bräuchte ich meinen Pointer. Also in dem Sinne sieht man gleich, wir sind auf der einen Seite natürlich in der Lage, aus Source-Code ein Container-Image zu bauen, ich kann aber auch einfach ein existierendes Container-Image starten. Wir compilen ja MongoDB nicht aus der Source, sondern das ist einfach ein fertig gebautes Image, was angeschaltet wird. Deswegen ist es natürlich auch schneller fertig. So, jetzt bin ich zu langsam im Sprechen, aber ich kann es ja nachträglich erklären. Wir haben da oben gesehen, stand, dass da ein Bild gestartet worden ist und da kann man auch direkt auf das Log-File zugreifen. Was hat der Bild gemacht? Der hat sich natürlich aus dem Git-Repository hat sich die Source geholt, hat den für Node.js nötigen Bildprozess durchgeführt und hat daraus erst das Image gebaut, das im Deployment aufgerufen wird. Das heißt, der Bildprozess ist angestartet worden, durchgeführt worden, beendet worden, ist ein Docker-Prozess, ist fertig und parallel dazu, also wenn das fertiggestellt worden ist, ist der hier gestartet worden. Und läuft auch, wir haben es auch wieder so gesehen, mit hellgrau, hellblau, dunkelblau. Ich könnte auch jetzt sofort hergehen, ist jetzt in meinem Template nicht drinnen gestanden, es gibt halt jeden, erst ein Stück. Ich kann aber sofort hergehen und sagen, ah, aber für meine Applikation, die hätte ich gerne jetzt gleich zweimal. Wir sehen wiederum grau, hellblau, blau Zustand. Das heißt, es laufen dann in Wirklichkeit zwei Container, die meine Applikation betreiben. und wie funktioniert das Ganze? Das sind ja dann zwei Container, die laufen unabhängig voneinander, aber wir haben einen Konstrukt, das nennt sich Service, darüber geschaffen und über diesen Service-Namen wird automatisch ein Loadbalancing gemacht, auf diese zwei Container, die ich jetzt eben habe. Vorher, wenn ich einen habe, dann kann er kein Loadbalancing machen, wenn ich drei habe, wird natürlich ein vierten und so weiter. Das heißt, der Loadbalancer wird automatisch im Hintergrund für mich konfiguriert, dass er eben hier diese Container anspricht. Braucht nichts dazu tun. So, und dann, das haben wir heute schon ein bisschen gehört beim OpenStack, das heißt, diese Container laufen in einem sogenannten Overlay-Netzwerk drinnen. Die sind jetzt von außen nicht zu erreichen. Die kann ich nicht ansprechen, habe keine Chance darauf zuzugreifen. Der Service gliedert es nur zusammen, aber wir haben da oben noch eine Route definiert. Und die Route, die kann ich dann ansprechen. Die führt mich dann eben zu meinem Service hin und dort habe ich jetzt meine Applikation. Die Applikation ist nicht genial, es ist aber auch nicht Sinn und Zweck, jetzt die Applikation so vorzuführen. Die Applikation hat nur einen einzigen Zweck, diese Seite darzustellen und daher unten steht ein Page-Counter drinnen. Und wenn ihr natürlich das mehrmals auswählen, wird halt der Page-Counter hochgezählt und der Page-Counter wird in die Datenbank geschrieben, damit wir eben eine Verbindung haben. Was gibt es für Kleinigkeiten, die da im Hintergrund abgelaufen sind? Ohne, dass ich jetzt als Entwickler davon gewusst habe, weil ich habe ja nur eine Applikation geschrieben, die eine Index-Page aufruft und die den Page-Count in die Datenbank reinschreibt, um hier zu aktualisieren. Wenn man sich das jetzt anschaut, wir können jetzt natürlich einmal dahergehen, wir können uns einmal das Log-File anschauen und natürlich runterscrollen, da sehen wir als erstes, dass die Source da geholt worden ist, also ein Kloning gemacht worden ist und dann ist ein ganz normaler Node.js Bildprozess gemacht worden. Irgendwann einmal zum Schluss, da unten, ist das Image, was er eben jetzt erzeugt hat, mit diesem Bildprozess ist weggeschrieben worden, mit dem Namen DEMO Node.js MongoDB Examples Latest. Dem ist das in das Repository hineingeschrieben worden. Merken. Wenn wir uns weitere Details da anschauen, dann sehen wir natürlich da auch genauso, wie lange das gedauert hat, bla bla bla, von wo er die Source genommen hat, in welches Image, also das steht natürlich da genauso drinnen fest, wie gesagt, ich kann hier auch Environment-Variablen vergeben, die natürlich eventuell auf meinen Bildprozess Einfluss hätten. Da ist eben nur halt ein Mirror, wäre hier definiert, ich kann natürlich andere Environment-Variablen, die halt auf dieses Image Einfluss, aber das Image selber ist völlig agnostik von der Applikation, die ich baue. Solange es eben eine Node.js-Anwendung ist, jede beliebige Node.js-Anwendung, die syntaktisch richtig ist, kann ein Bild bauen. Wenn die natürlich nicht richtig ist, bricht der Bildprozess ab, er publisht kein Image hinein und damit passiert nichts. Wenn wir dann zum Deployment gehen, zur Deployment Konfiguration gehen, dann sehen wir hier natürlich wiederum den Namen und was das angenehme ist, wenn jetzt der Bildprozessor ein neues Bild macht und ein neues Image gepublished wird in die Registry und der hat gesagt, er hört einfach aufs Latest, dann wird automatisch der Container neu gestartet, wenn ein gültiges Image hineinkommt, weil er aufs Latest hört. Das will man natürlich vielleicht in einer Produktionsumgebung nicht, da wird man nicht aufs Latest hören, sondern wird man vielleicht auf einen anderen Tag hören, vielleicht auf den Tag Brot oder was auch immer vereinbart ist und nur wenn ein Image den Tag Brot bekommt, dann wird es eben auch in die Produktion übernommen. Was noch interessanter ist, da haben wir natürlich die Ports, das sehen Sie, 8080, dort rennt die Applikation, aber bei mir rennt es nicht auf 8080, sondern ich habe einen virtuellen Namen bekommen. Ich weiß nicht, dass das Ding auf 8080 läuft, keine Ahnung. Was wir Nimm zu, oder? Ich habe aber nichts berührt. Was wir aber auch hier haben, Readiness Probe und Lifeness Probe. Das können wir natürlich anschauen, ein bisschen genauer, wenn wir da auf Health Checks gehen. Ich möchte noch kurz davor, wir haben ja vorhin gesehen, das ist erst das ganze Grau geworden, wenn der Container mal gestartet hat. Bin ich der Techniker oder du? Dass Sie Farben zeigen können erst. Was macht Readiness Probe? Readiness Probe überprüft einfach, wenn der Container gestartet wird, ob der Container auch wirklich fertig ist. Ich weiß nicht, wer Applikationen entwickelt hat, wer vielleicht mit einem Application Server zu tun hat, das kann durchaus bei so einer größeren Applikation durchaus schon einige Sekunden bis Minuten dauern, bis die Applikation wieder wirklich ready ist und arbeiten kann, weil da wird, weiß ich nicht, irgendein Memory Pool aufgebaut, irgendwelche Daten gelesen, irgendwas aufgebaut, keine Ahnung. Readiness Probe ist eigentlich sehr simpel, aber sehr wirkungsvoll. In dem Fall wird ein HTTP Get-Request gemacht, auf die definierte URL, Page Count, auf dem Port 8080 und das im Intervall von drei Sekunden. Das heißt, der geht her, mit dem Entwickler ist hoffentlich vereinbart, dass diese URL Page Count gibt und dann wird geprobt, ob ich dort einen 200, also ein HTTP-Request mit Response 200 bekommen, wenn das der Fall ist, sagt er, okay, mein Container ist ready zum Arbeiten. Very simple und genau das passiert, wenn der Container gestartet wird, wird einmal grau, der Kreis oder der Halbkreis oder was auch immer. Wenn er mit dem Starten fertig ist, wird er hellblau und dann muss der Readiness Check kommen und dann ist er dunkelblau, wenn der Readiness Check gut gegangen ist. Solange das nicht der Fall ist, wird auch der nicht in Load Balance eingehängt. Direkt miteinander verbunden. Ich kann das jetzt mit einem HTTP-Request machen, ich kann das auch einfach mit einem TCP-Socket machen, also schauen, ob der Socket offen ist, der Port offen ist. Das ist natürlich relativ weak, aber zumindest ist auch ein Check, ob der Port überhaupt vom Server aufgemacht worden ist. Oder, wenn man sich jetzt vorstellt, ich habe da eine MongoDB gestartet, die hat ja keinen Webserver, das kann ich ja nicht auf jeden Fall dann, ich könnte natürlich auch schauen, ob der Datenbankport offen ist, aber ich kann bei einer Datenbank dann könnte ich auch ein Kommando in dem Container ausführen. Das ist diese Datenbank halt zur Verfügung, das könnte in dem Select irgendwas sein, keine Ahnung was. Wenn das Response Code Null bekommt, dann sagt er, okay, mein Container ist ready. Ist total primitiv, aber sehr wirkungsvoll, um festzustellen, ob überhaupt mein Ding läuft. Das finde ich auch, dass ich ja als Applikationslieferant einfach solche Health Checks und Liveness Checks mitliefern kann und sage, lieber Betrieb, solange diese Checks implementiert werden, sind wir völlig fein und garantieren, dass das dann wirklich funktioniert, wenn ich es anschalte und wenn ich es entsprechend skalieren möchte. Das ist wiederum so ein typisches Beispiel zwischen Dev und Ops. Ops kann ja das erst freischalten, wenn das funktioniert. Die Applikation selber sagt, dass sie jetzt funktioniert, halt über diese URL. das andere ist, ich habe da natürlich auch eine Liveness Probe. Gleiches Prinzip, ich kann ein Get machen, ich kann einen Port checken oder ich kann einen Command absetzen. Was habe ich davon? Während mein Container läuft, wird das halt regelmäßig gecheckt und wenn das gut geht, sagt er, okay, der Container ist fein. Jetzt jeder, der schon mal Java programmiert hat, gehe davon aus, hat irgendwann einmal in seinem Leben einen Out-of-Memory gehabt. Ich sehe da so ein Lächeln, also nehme ich mal an, ist schon einmal passiert. Out-of-Memory hat in der Regel den netten Effekt, der Server läuft, der tut so, als ob alles in Ordnung wäre, aber in Wirklichkeit waren keine Requests mehr beantwortet. Reifness Probe, wenn der Request nicht beantwortet wird, wenn ich keinen 200er zurückbekomme, wer tippt, was passiert dann? Was macht OpenShift dann, wenn ein Container die Liveness Probe nicht überlebt? Er killt den Container und startet einen neuen Container. Gleiches ist übrigens auch, wenn ich einen neuen Container gebaut habe. Der Bildprozess hat jetzt eine Source hergenommen und das ist fertig, der Bildprozess ist fertig gelaufen, dann wird er, dann sagt er, ah, ich habe etwas Neues bekommen, also der, der läuft, ist ja zwar auch zu seinem Zeitpunkt latest gewesen, aber jetzt nicht mehr latest gewesen, muss ich ja den neuen Container starten. Sollte dann beim Starten irgendwas schief gehen, sprich die Readiness Probe nicht erfolgreich sein, dann wird er da nie ins Netzwerk eingehängt, damit wird der andere nie ausgehängt. Der wird wieder gekübelt und der alte bleibt weiterlaufen. Also habe ich eine neue Version gebaut, warum auch immer und das funktioniert nicht, also sprich die Readiness Probe wird nie erreicht, wird der Container weggeschmissen, sagt er, das ist schief gegangen, ich lasse meine alte Konfiguration, lasse ich weiterlaufen. Ist sehr effizient, natürlich. Kann das ein Beispiel sein, wenn bei dem Internet eine Readiness Probe mal ein Angelegenheit ist? Alles, was beim Programmieren schief gegangen kann. Was in dem Readiness Probe gemacht wird, oder was auf der URL gemacht wird, ist die Sache wiederum von der Applikation. Die Applikation könnte ja jetzt hergehen und sagen, wenn diese URL aufgerufen wird, dann checke ich, ob meine Datenbankverbindung geht. Und wenn meine Datenbankverbindung nicht geht, dann ist ja meine Applikation nicht da, die kann ja nicht funktionieren. Und damit geht meine Readiness Probe nicht auf. Weil es nutzt mir ja nichts, wenn meine Applikation aufgeht und ich habe dann den Schirm, ja, aber leider, ich habe keine Datenbankverbindung. Aber das ist Sache der Applikation, das ist Sache des Entwicklers, festzustellen, dass sein System intakt ist. Das ist ja auch beim Verantwortungsteil am Ende des Tages. Jeder muss sich überlegen, welche Dinge sind in meiner Kontrolle und was sind Kriterien, wo meine Applikation eben definitiv nicht funktioniert und das entsprechend natürlich auch hinterlegen. Was ist jetzt für den Unit-Test? Na, Unit-Test kann ich ja schon im Bildprozess machen. Den Unit-Test könnte ich schon im Bildprozess machen, das ist ein eigener Step, wenn ich mein Bild gemacht habe, kann ich am Ende schon einen Unit-Test machen und schauen, ob der überlebt. Bevor noch der Container gebaut wird. Ja, wir können den Unit-Test auch so machen, dass wir ja, aber das läuft ja, das kann ich schon machen, bevor ich, also Unit-Test kann ich schon machen, bevor ich überhaupt meinen Container baue und in die Registry reinschiebe. Und wo ist da jetzt die Applikation zwischen dem Operator? Der Operator ist da quasi ja jetzt nicht in der Verantwortung, weil das beschließt die Applikation von sich selbst, wie sie ready ist. Ja, der Operator hat natürlich noch was zu tun, weil es könnte sein, dass Pods überhaupt nicht gestartet werden können, weil ich gar keine Nodes mehr zur Verfügung habe oder sowas. Dann kann der Live-Nest-Test ja gar nicht stattfinden, weil der Container ja gar nicht gestartet wird. Container werden ja auf irgendwelchen Rechnern gestartet, die irgendwo platziert sind. Die kann ich auch sogenannt taggen, also ich könnte sagen, ein Node ist, weiß ich nicht, für interne Anwendung und einer ist für externe Anwendung und was nicht, das für die Buchhaltung, um die irgendwie zu trennen zu wollen, aus welchen Gründen noch immer. Was wir zuerst gehört haben, wir über die Netzwerke und ähnliche Dinge, das kann ich hier so über Tagging machen und jetzt ist kein Rechner mit dem Tag Buchhaltung zur Verfügung und die Applikation soll auf Buchhaltung laufen. Der Operator würde natürlich dann eingreifen, wenn er sieht, die Readiness Probe scheitert, regelmäßig und wir liefern ja auch im OpenShift den Logging-Stack auf EFK-Basis mit und natürlich, wenn ich jetzt irgendwie auf der anderen Seite vielleicht auch ständig sehe, dass das mit Container abschmieren, die die Live-Nex-Probe terminiert, dann sollte ich mir natürlich mal ins Log-File einfach reinschauen, was passiert da überhaupt, was ist der Grund und kann entsprechend dann natürlich wiederum reagieren. Das kann ja in der Applikation genauso liegen wie am Base-Image vielleicht auch. Ja. Vielen Dank. In DevOps gibt es ja diese klassische Trennung oder die wollen wir ja nicht mehr haben, dass diese Trennung ist, dass für den einen Zustand ist der andere zuständig. Weil das, was ich schon am Anfang gesagt habe, es ist ja auch klar, dass das Ziel, der Entwickler seine Software schreibt, die halt ein paar Features, wie halt, ich muss halt so einen Live-Nex-Check haben, ob das wie gesagt ein Command-Line ist oder eine URL, ist ja dahingestellt, aber ich muss so etwas haben, das ist Aufgabe des Entwicklers. Die Plattform bietet mir die Funktionalität dazu zu tun. Aufgabe eines Operatings ist dann, das Image, was ich jetzt getestet, was ich jetzt durch die Entwicklungsstage, durch einen Teststage, durch eine Abnahmestage durchgegangen bin, dasselbe Image, das Image wird nie wieder verändert. Das wird signiert am Anfang, das geht dann irgendwann zum Zeitpunkt X in Produktion. Dafür ist dann der Operator zuständig, diesen Zeitpunkt oder weiß nicht, das Approval oder was auch immer, dann dahinter steht, das zu machen. Aber das Image wird hier gebaut, wobei das Image ja auch aus zwei Teilen besteht. Das besteht aus dem Teil, das der Entwickler geschrieben hat, das Basis-Image, auf dem man aufsetzt, das kommt ja von Operations. Das ist ja letztendlich auch das Schöne der Kollaboration, die Methodik ist die gleiche. Ob ich jetzt, wir haben natürlich jetzt die Development-Perspektive ein bisschen gesehen, wir haben jetzt gesehen, ich habe als Entwickler irgendwo etwas Neues geschrieben, will das in Produktion bringen oder mal testen, wie auch immer. Es kann ja andersherum sein, dass ich jetzt zum Beispiel als Betrieb sage, naja, es gibt irgendein wichtiges CVE und ich muss meinen Kernel irgendwie patchen. Das heißt, ich ändere das Image. Und wo wir jetzt gesehen haben, der Auslöser war, neuer Code wird committed, Image wird neu gebaut, geht es natürlich auch. Wir haben einen Trigger, das heißt, On-Base-Image-Change, das heißt, wenn das Basis-Image vom Betrieb verändert wird, passiert genau der gleiche Prozess wieder. Also ich mir wieder aus dem Code des Bau, auf dem neuen Base-Image das Ganze deploye und dann eben auch wieder die gleichen Readiness- und Liveness-Probes habe und auch wenn dort eben was schief geht, müsste man sich eben dann in die Log-Files einfach anschauen, was genau ist schiefgegangen. Und ich kann auch auf der Plattform sagen, ich habe zum Beispiel in der Testumgebung automatisch für alle Entwickler Log-Access oder Shell-Access, das kannst du, glaube ich, auch vor kurzem gezeigt in dem Bild, das man da reinschauen kann. Also das ist dann eben die Frage, was genau ist schiefgegangen und dann sitzt man ja letzten Endes wiederum kollaborierend zusammen, überlegt sich, was ist da jetzt schiefgegangen, wer kann es beheben, wer hat eine Idee. Das ist per se nicht vorgegeben, wo man das trennt und wie man es trennt. Und es ist auch der Gedanke von DevOps eben, wie du schon gesagt hast, nicht zu sagen, der Entwickler macht jetzt Betrieb oder der Betrieb macht jetzt irgendwie nebenher Entwicklung, sondern da, wo man die Skillsets hat, wo man was kann, wird man dann sich selber auch irgendwo die Grenzen ziehen. Die Technologie ist da relativ agnostisch, das ist eine reine organisatorische Frage, die man natürlich im Unternehmen sich ausbedingen muss. Da sind also zwei weitere Punkte, die dann, ich sage jetzt mal, in Betrieb natürlich von einem Operations bestimmt wird. Das könnte eben zum Beispiel sein ein Autoscaling, dass ich sage, okay, wenn bestimmte Last, bestimmte CPU, bestimmte Memory-Verbrauch, bestimmte Netzwerkverbrauche da sind, dann starte mir bitte einen zusätzlichen Container oder schmeiß wieder einen weg, um diese Last, die da eben anliegt. Das ist also hier die Möglichkeit, hier so zu definieren. Das ist auch wieder das Gleiche, eigentlich, ich tue jetzt nicht unterbreche, aber der Punkt ist ja auch dort wieder, wer schreibt denn, wann die Applikation skalieren hat? Macht das der Betrieb oder der Entwickler? Es kommt darauf an, man kann es pauschal nicht sagen. Was schreibe ich denn überhaupt? Was sind so die Trigger, dass ich glaube, meine Applikation braucht jetzt irgendwie mehr Ressourcen? Das muss ich mir ja auch wiederum als Delivery-Team gemeinsam überlegen und nicht sagen, das ist jetzt per se Betriebsaufgabe. Das ist sehr vom Use-Case an. Und das Schöne daran ist wiederum, wie fördert man dort Kollaboration? All diese Deployment-Configs, Autoscaler und Co. Das ist alles im YAML geschrieben, das kann sogar ihr im Vertrieb lesen. Also das ist natürlich dann möglichst einfach. Es muss keiner irgendwie Ruby lernen, dass er Puppet versteht. Also wir haben das ja da im UI, aber es gibt da oben einen Button Edit YAML, da könnte ich das ganze YAML, wo einfach die Parameter halt hintereinander einfach stehen, strukturiert, sortiert. Gleichzeitig sind wir da auch wieder in der Infrastructure-Code-Welt, wo ich sagen kann, meine Deployment- und Build-Configs, ich muss nicht an der Plattform herumverwerken, ich muss gar gut klicken, ich kann genauso meine Konfigurationen auch wiederum in einem internen Operations-Kit meinetwegen revisionieren und dadurch natürlich auch dauerhaft reproduzierbar machen, was ich an diesen Config-Files am Ende des Tages auch geändert habe. Dann natürlich auch immer besser, desto granularer ich das tue und in kleineren Inkrementen, desto besser kann ich natürlich auch nachvollziehen, was habe ich geändert, warum ist es kaputt gegangen und dann zu retracen, was war der Breaking. Also da unten steht auch dann halt so, wie kann ich jetzt wieder ein neues, über das Command Line-Interface, wie kann ich ein neues aktivieren, per Command Line-Interface oder er schaut eben auf ein Image mit dem Namen, mit dem Take Latest oder auch, wenn ich hergehe hier im Editor oder eine neue Config einfach lade, von dem, dann wird ein neues Image gebaut. Das heißt, egal wo ich was ändere, da wird ein neues Image gebaut und dann versucht er das wieder zu starten, wiederum mit Readiness Check und so weiter und solange Readiness Check nicht da ist, geht das nicht in Betrieb. Das heißt also, wenn man da irgendwas verkonfigurieren würde, der Readiness Check geht nicht, dann sagt er, okay, ich habe das zwar jetzt gebaut für dich, ist nicht in Betrieb gegangen, das alte läuft weiter. Also es wird nicht das alte abgeschalten und das neue aktiviert, sondern zuerst muss der Readiness Check erledigt sein, bevor der Load Balancer umschaltet. An der Stelle ganz kurz, wenn ich nochmal unterbrechen darf, wir sind nämlich zeitlich, glaube ich, schon relativ eng, oder? Ist das richtig? 19 Uhr ist ja, glaube ich, gut geplant. Dann hätten wir jetzt noch 10 Minuten irgendwo auch für Fragen, mindestens, weil das eh schon zu wenig. Unser Rekord mit dem Spaß sind, glaube ich, acht Stunden, was man darüber reden kann, weil es sind sehr, sehr viele Konzepte, die wichtig und cool sind. Vielleicht noch am Ende, wer macht denn sowas? Also wir haben ja jährlich unser Readiness Forum und da herzlich auch nochmal die Einladung, wenn wir das dieses Jahr wieder machen, bitte einfach kommen, das kostet nichts. Als ich angefangen habe, hat die Reifersen darüber gesprochen, was sie mit OpenShift macht. Letztes Jahr war es die erste Bank. Wir haben da relativ viele, die das in der Praxis auch schon machen. Ich glaube, für die Linux-Wochen in Wien hat sich auch jemand angesagt, OpenShift in Produktion aus Österreich, der da ein bisschen Erfahrungsaustausch machen möchte und deswegen auch herzlich nochmal dann die Einladung, dort hinzukommen, mit den Kollegen direkten Kontakt aufzunehmen. Ich knack mal jetzt noch ganz schnell den Monitor, weil das würde noch gerne loswerden. Lass mich das kurz noch ergänzen, was ich zuerst angesagt habe, wo ich gesagt habe, die User-ID von der Datenbank, die sind ja in der Datenbank quasi festgelegt worden. Die MongoDB hat halt User und Passwort und da stehen sie als Environment-Variable, aber man sieht sie nicht. Also ich sehe sie so, jetzt in meinem UI sehe ich sie nicht, wie tatsächlich die User-ID und Passwort von der Datenbank, weil sie als sogenannte Secrets übergeben worden sind. Das heißt, ich kann zwar im Container darauf zugreifen, wenn das aber in Produktion ist, hat natürlich der Entwickler auf den Containern natürlich keinen Zugriff. Vielleicht hat er aufs Log-File Zugriff, wenn er Glück gehabt hat, aber er hat auf den Container selber keinen Zugriff und auch nicht auf diese Secrets, User-ID und Passworts und ähnliche Dinge, die zwischen den Containern automatisch vereinbart werden. Damit schaffe ich ja, diese ganze, weil ich ja lauter Microservices baue, die alle miteinander reden sollen und ich übergebe das eben als Secrets und kann damit diese Abhängigkeiten jetzt auflösen, ohne dass jemand darauf ein... Auch der Operator, wenn der jetzt nicht entsprechende Rechte hat, die das auch nicht sehen. Und ganz zum Schluss, wenn wir noch gerne mitgeben würden, das können wir ja gerne noch einmal ausschicken, weil abschreiben ist glaube ich lästig. Seit letztes Jahr, also quasi Geburtstag, gibt es ja für jeden für private Nutzung ein Rettet Enterprise Linux gratis unter developer.rettet zum runterladen und wir liefern dort auch das Container Development Kit hinein. Das hat der Robert am Ende des Tages auf seinem Computer laufen. Das habe sogar ich wiederum als Vertriebler geschaffen, auf meinem PC zu installieren und dadurch noch einmal bitte einfach runterladen, anschauen, ein bisschen herumspielen, damit wird uns freuen. Es gibt da ein Gratistraining online unter dem Link. Also ich hoffe, das wird dann noch ausgeschickt, dass Sie ein bisschen spielen können und wir sind natürlich gerne für jedwede Art von Fragen zur Verfügung und sagen immer danke fürs Zuhören zu der späten Zeit. Fragen? Wünsche, Beschwerden? Dann stehen wir dem Buffet nicht länger im Weg und danke nochmal. Stehen wir dem Buffet auch für Fragen zu erfüllen. Vielen Dank und auch danke an alle, die heute gekommen sind zu unserem ersten Tag der Linux-Wochen. Morgen geht es weiter um 9.30 Uhr, glaube ich. Und da wird der Community-Tag sein, da wird es wieder sehr technisch werden, aber sicher auch sehr interessant werden. Da sind wieder alle recht herzlich dazu eingeladen. Möchtest du noch was sagen, Robert? Okay, danke.